Was gemeinsam geht. Ein Podcast von mir, Beate Meindl-Reisinger. Folge 4 mit Ottmar Karras. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Was gemeinsam geht. Heute freue ich mich sehr zu Gast zu haben, Ottmar Karras, Dr. Ottmar Karras, langjähriger Europaparlamentarier, Vizepräsident des Europäischen Parlaments auch. Herzlich willkommen. Und bevor wir starten, etwas, was man eh lesen kann, mein ehemaliger Chef. Weil wir duzen einander auch. Ich hatte die Gelegenheit 2005, glaube ich, und 2006. Schon ein paar Tage her. Es ist ein paar Tage her. Aber es war eine sehr spannende Zeit damals, muss ich sagen, bei dir im Europäischen Parlament zu arbeiten. Das heißt, ich habe die Europa-Liebe gelernt ein Stück weit von dir. Und behalten. Und behalten, jawohl. Aber große Sorge. Und deswegen bist du auch da. Freue ich mich auch sehr, dass wir dieses Gespräch führen. Es stehen heuer ja nicht nur Nationalratswahlen vor der Tür, sondern vor allem auch die jetzt im Juni die Wahlen zum Europäischen Parlament. Es wird allgemein sehr viel darüber geschrieben, dass ein Rechtsruck, ein nationalistischer Ruck hier passieren könnte. Was steht denn eigentlich auf dem Spiel deines Erachtens nach? Oder wie blickst du auf diese Wahlen zum Europäischen Parlament? Zum Ersten danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Du hast gesagt, dass es zu deiner Zeit spannend war. Ich glaube, an der Spannung ist nichts geringer geworden. Die Herausforderungen sind mehr geworden. Ich glaube, darum geht es auch in einem hohen Ausmaß. Wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir die größten Transformationsprozesse seit 1945 erleben. Und die sind nicht reduziert auf Europa oder einen Mitgliedstaat. Sondern sie treffen uns alle und sind global. Der Klimawandel, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die Migrationsfrage, die Wettbewerbsfähigkeit, die Pandemie sind alles Herausforderungen, die gleichzeitig stattfinden. Und da muss man sehr klar sagen, die überfordert viele, viele Menschen. Aber auch die politischen Institutionen stoßen an ihre Grenzen. Sie müssen sich neu aufstellen. Und hier gibt es vor allem eine große Trennlinie zwischen den Nationalisten und den Extremen und den Demokraten. Nämlich die einen, die Lösungen anstreben, die das Miteinander stärken wollen, die grenzüberschreitend und parteiübergreifend agieren und Europa stärken wollen in der nahen geopolitischen Ordnung. Und die anderen, die Schuld zuweisen, die den Menschen nicht die Wahrheit sagen, was los ist und was zu geschehen hat. Die mit dem Finger aufeinander zeigen und die nationalisieren und parteipolitisieren. Und darum geht es. Es geht darum, in welche Richtung geht Österreich und Europa. Das gehört zusammen. Es ist gegeneinander nicht ausspielbar. Wir brauchen hier eine gemeinsame Vorgangsweise und wir brauchen Mehrheiten mit einem politischen Willen zu gestalten statt zu blockieren. Du hast da jetzt sehr viele Themen angesprochen, die ja tatsächlich, und ich glaube auch, das sehen die Menschen ganz klar, Österreich nicht mehr alleine lösen kann. Du hast gesagt, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die Frage auch der sozialen Medien, Migration, Klimawandel, auch natürlich die Bedrohung Russlands. Und trotzdem gelingt es, so scheint es zumindest den Nationalistinnen und Populisten, das Bild zu zeichnen, dass wir an Handlungsfähigkeit verlieren als Österreich. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, weil keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen, Österreich kann alleine den Kampf gegen den Klimawandel führen. Oder Österreich kann alleine sich eine Lösung präsentieren, die sagt, wir können jetzt irreguläre Migration ordnen und in den Griff bekommen. Oder sich auch gegen Russland zur Wehr setzen. Wieso, glaubst du, ist da trotzdem, fällt das auf so viel fruchtbaren Boden? Dieses, war ja auch im Brexit immer wieder der Slogan, we take back control. Also es wird ein bisschen der Eindruck erweckt, wir erlangen erst wieder Kontrolle über all diese Dinge, die jetzt sehr volatil geworden sind, wenn wir das bei uns auf unserer nationalstaatlichen Scholle lösen. Jetzt hast du viele Fragen aufgeworfen. Ein Punkt, weil du den Brexit gesagt hast. Kein einziges Versprechen, der Brexit-Befürworter... Ist eingehalten worden, ja. Kann eingelöst werden. Kann, ja. Und wurde daher auch nicht eingelöst. Denke nur daran, dass die zentrale Botschaft war, mit dem Tag des Neins beim Referendum zahlt das Vereinigte Königreich keinen Euro mehr in die Europäische Union und das gesamte Geld geht in das Sozial- und Gesundheitssystem, das im Vereinigten Königreich brach liegt. Und am Abend wurde der Herr Farage, kennen wir, der neben mir gesessen ist, im Parlament, gefragt, wann das jetzt der Fall sein wird. Und der hat gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Da haben wir gesagt, sie haben das aber versprochen. Und der hat als Antwort gegeben, probieren wird man es heute noch dürfen. Das heißt, es wurden die Menschen in die Irre geführt. Sie wurden belogen. Es wurde ihnen eine einfache Botschaft vermittelt, im Wissen, dass sie nicht realisierbar ist, um die Menschen zu verführen. Und das ist schäbig. Angst zu machen und Hoffnung zu geben, ohne Verantwortung zu übernehmen und sich die Konsequenzen zu überlegen. Und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Beim Brexit war nicht nur die Lüge ein Thema. Es war auch der Einfluss von Russland ein Thema. Und es wurde ja auch dokumentiert in einem Untersuchungsausschuss, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, im Parlament oder in welchem Haus, wo es da ein bisschen vorsichtig formuliert wurde, aber eigentlich klar festgehalten wurde, dass eben Russland hier auch die Finger im Spiel gehabt hat. Wir haben einen eigenen Untersuchungsausschuss gemacht, einen eigenen Ausschuss, der sich jetzt, das führt jetzt bei der Frage zu weit, aber der sich genau damit beschäftigt hat, wie durch Fake News, wie durch Cyberangriffe, wie durch Geld an extreme politische Gruppierungen Europa destabilisiert werden soll. Jeder Austritt ist eine Schüsselung. Und wie wir von innen, wie von außen in unserem demokratischen Verhalten, in unserem Entscheidungsprozess de facto behindert und beeinflusst werden. Aber eine zweite Frage, die zusammenhängt mit dem, was du gefragt hast. Alle diese Themen, die wir hier angesprochen haben, sind komplex. Keine dieser Themen kann mit einer einfachen und schon gar nicht mit einer nationalen Antwort beantwortet werden. Aber sie ist einfacher für viele Menschen. Und das ist eines unserer Probleme. Wir müssen diese Komplexität, diese Zusammenhänge, diese Veränderungsprozesse erklären wollen. Wir müssen uns zusammensetzen, um Kompromisse für die Lösungen zu schaffen. Die Extreme links und rechts haben meistens eine einfache Botschaft. Sie sagen, die anderen sind schuld. Und sie ziehen sich ins Schneckenhaus des Nationalismus, den wir eigentlich mit der EU überwunden geglaubt haben, wieder zurück. Und sie haben eine einfache Botschaft, die immer beschuldigt. Ich habe oft das Gefühl, die wollen gar keine handlungsfähige Europäische Union. Weil sie wollen ja kritisieren, dass etwas nicht passiert und damit gleichzeitig blockiert. Das Problem kultivieren, statt die Lösung finden. Ja, den Eindruck habe ich auch sehr oft. Gerade auch zum Beispiel bei Integrationsthemen. Dass viele, vor allem von der FPÖ hier in Österreich, mehr interessiert sind, das Problem zu kultivieren und zu beschreiben, Schuldige zu suchen, anstatt Lösungen zu finden. Das haben wir aber nicht nur in einer Partei. Nein, das haben wir nicht nur. Das ist schon richtig. Die Frage der Vetopolitik, die Frage der Schuldzuweisung, die Frage der Polarisierung aufgrund der Entwicklung der sozialen Medien, der einfachen Antwort, gut, böse, richtig, falsch, oben, unten, und durchzieht leider die politische Kommunikation in einem hohen Ausmaß. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und sie ist natürlich auch eine Folge der Beeinflussung durch die sozialen Medien. Daher ist es ja so wichtig, dass verantwortungsvolle Politiker die Zusammenhänge bereit sind, darzustellen, klar zu machen, dass es die eine einfache Antwort nicht gibt, ehrlich sind und dicht mit den Sorgen und Ängsten der Menschen spielen. Das ist das, was ich immer sage. Auch die Komplexität, die Politik bedeutet, ist nicht in 140 Zeichen darstellbar. Und ich diskutiere das sehr oft auch mit meinem Social-Media-Team. Ich verstehe ja das auch, dass man sagt, man will in all diesen Plattformen präsent sein und dann macht man halt 30-Sekunden-Videos, weil man das halt so macht. Aber kaum ein Thema unserer Zeit ist wirklich seriös in 30 Sekunden abhandelbar. Also ich diskutiere das dann immer auch mit mir selber. Wie weit spielst du da mit und befeuerst eigentlich diese ständige Vereinfachung und Vorgaukeln einfacher Lösungen. Aber natürlich müssen auch Politiker einfach erklären können, komplexe Zusammenhänge. Aber deshalb ja auch der Podcast, weil ich ja sage, es gibt Themen, die kann man nur länger besprechen. Ich möchte noch auf das zurückkommen, was du gesagt hast, da muss man zusammenarbeiten. Für die Lösungen, die da jetzt notwendig sind, muss man zusammenarbeiten. Und das ist ja auch genau der Gedanke dieser Gesprächsreihe. Zu schauen oder den Boden dafür zu bereiten, dass wir alle sehen müssen, dass diese Lösungen, die wir dringend brauchen, die die Menschen sich auch erwarten, nur gehen, wenn wir eine Gesprächsbasis miteinander haben und auch von unterschiedlichen Standpunkten kommen, an dieser Lösung arbeiten. Jetzt trotzdem eine Frage nochmal in Bezug auf Europa. Wenn ich mit vielen Leuten rede, habe ich den Eindruck, dass die Europäische Union, das gilt für die Kommission wie das Parlament, die Institutionen, nicht das Image haben, dass sie rasch handeln und auch tatsächlich liefern. Du wirst wahrscheinlich widersprechen und ich könnte das auch an einem Beispiel gleich festmachen. Nehmen wir das Beispiel der sozialen Medien her. Hier hat ja Europa geliefert mit dem Digital Service Act. Hier geht ja Europa in Vorlage und zwingt auch diese großen Plattformen mit ihrer marktbeherrschenden Stellung in die Verantwortung für das, was dort gepostet wird. Und trotzdem habe ich den Eindruck, erst jetzt nicht die Diskussion, wir sind stolz darauf, dass Europa hier geliefert hat und wir in Vorlage gehen und hier sehen wir auch, nur Europa kann diesen Social-Media-Giganten die Stirn bieten, sondern das dauert so lange, da wird nur gestritten. Siehst du das so? Ich glaube, es wäre jetzt ganz schlecht, wenn man jede kritische Analyse beantwortet, indem man das, was passiert, verteidigt. Und auch hier liegt wahrscheinlich der Weg in der Mitte. Wir sind in vielen Fällen von der Entwicklung überrollt. Und Politik ist zu oft, aber in der Regel reagierend und nicht präventiv unterwegs, weil wir ja auch immer politische Mehrheiten, öffentliches Bewusstsein, Verständnis dafür benötigt, um demokratisch zu einem Ergebnis zu kommen. Aber gerade in der von dir angesprochenen Frage waren wir sehr schnell. Ja, ja, sehr schnell. Und wir haben erst vor wenigen Tagen im Europäischen Parlament als der erste Kontinent in der Welt den Antificial Intelligence Act, den AI-Act, beschlossen. Die ganze Welt kommt zu uns und sagt, das ist eine Grundlage einer ethischen Auseinandersetzung, Chancen nützen, Risken minimieren mit der künstlichen Intelligenz. Hier sind wir Vorreiter, nicht reagierend, aber reagierend auf eine Entwicklung. Und das Dritte, das muss ich schon sagen. Wir haben diese Periode im Parlament begonnen, de facto, mit dem Plyreser Klimaübereinkommen. Und wir haben uns als erster Kontinent sofort darauf verständigt, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen. Und wir haben daraufhin nach dieser Zielsetzung gemeinsam die Gesetzgebung, das Fit for 55 Programm, mit 18 unterschiedlichen Regelungen gemacht. Und wir haben uns in die Details dann natürlich vorgewagt, weil man ja nicht nur Ziele setzen kann, sondern auch Ziele operativ umsetzen muss, damit sie erreichbar sind. Und kaum haben wir begonnen, das größte Investitionsprogramm der Geschichte der Europäischen Union, Next Generation EU, de facto umzusetzen und mit dem Rechtsstaatsmechanismus zu verbinden, weil keine liberale Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Freiheit der Medien, kam die Pandemie. Und bei der Pandemie war die erste Reaktion der Mitgliedstaaten, das geht euch nichts an, weil Gesundheitspolitik ist nationale Angelegenheit. Und dann haben sie die Grenzen hochgezogen. Und auf einmal wurden wir danach der Kontinent mit dem Impfstoff, mit der Forschung, mit der Verteilung. Dann kamen zwei Kriege. Das heißt, wir haben ja eine Fülle von Themen gleichzeitig. Und für diese Dimension der Krisen, auch Migration ist ja noch nicht bewältigt, bleibt ein Thema. Mit dieser Fülle sind wir verhältnismäßig gut umgegangen. Aber jetzt geht es in der nächsten Periode darum, rascher, nachhaltiger, effizienter und unbürokratischer die Lehren aus diesen Krisen zu ziehen. Und die Lehren daraus zu ziehen, heißt auch, dass die Prioritäten sich wenig verändert haben. Du hast es angesprochen. Es war natürlich der Kampf gegen den Klimawandel zu Beginn dieser Periode das dominierende Thema. Ich habe den Eindruck, dass angesichts des Krieges Russlands in der Ukraine für viele mittlerweile das Thema Sicherheit und auch die Notwendigkeit eines Europas, das hier Schutz bietet und Verteidigungsfähigkeit gegen auch diesen Neoimperialismus und die Aggression Russlands oder Putins Russlands erbietet, viel mehr in den Vordergrund gekommen ist. Jetzt ist das ein Thema, du hast es angesprochen vorher, Ehrlichkeit. Es wird den Menschen von mancher Seite nicht mit Ehrlichkeit begegnet oder reiner Wein eingeschenkt, wo ich den Eindruck habe, wo wir in Österreich zumindest noch nicht da sind, wo wir sein müssten, wenn wir das ernst nehmen als Zeitenwende, wie das der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz beschrieben hat. Du hast gerade auch selber angesprochen, die Desinformationskampagnen aus Russland, die nachgewiesenen Versuche einerseits mitzumischen in der Brexit-Kampagne, die Versuche Russlands bei der französischen Präsidentschaftswahl mitzumischen. amerikanische Präsidentschaftswahl wissen wir auch, ist auch dokumentiert. Die Unterstützung, systematischen Unterstützung oder Beziehungen zu ganz klar rechtspopulistischen oder nationalistischen Parteien in Europa, sei es die AfD, sei es die FPÖ, aber natürlich auch die Beziehungen zu Orbán, zu Fizzo, zu Vucic in Serbien. Eigentlich liegt das ja klar am Tisch. Für jeden, der das beobachtet, sieht ja, was am Spiel steht und wie sehr wir hier auch in unserer demokratischen Verfasstheit angegriffen werden. Und trotzdem habe ich den Eindruck, in Österreich herrscht hier eine unglaubliche Debattenarmut über die Dimension der Bedrohung. Ich glaube, es gibt überhaupt eine Argumentationsfaulheit und eine generelle Armut an politischer Debatte. Wir müssen die Politik politisieren. Wir müssen die Themen zu Themen machen. Wir müssen vor allem die Lösungen im Dialog mit den Menschen begründen und sie begleiten in diesem Transformationsprozess. Und da hast du einen Punkt am Beginn angeschnitten, den ich ein bisschen zusammenführen will. Ja, es ist richtig, dass sich manche Prioritäten verschoben haben. Aber haben sie sich wirklich in Realliter verschoben? Wenn ich den Klimawandel hernehme, dann ist doch uns völlig bewusst, dass ein Teil der Schaffung von Klimaneutralität die Energiepolitik ist. Und wir haben gesehen, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik ist. Warum? Weil die Energiepolitik und die Abhängigkeit von Russland zur politischen Erpressbarkeit führt. Und weil wir ja deutlich gesehen haben, dass wir die Energieziele nur dann erreichen, wenn wir auch den Energieverbrauch reduzieren. Wenn wir gleichzeitig nicht nur Verbrauch reduzieren, sondern welche Energie wir wie nützen, welche Technologien wir erforschen, ein neues Thema wird. Das heißt, es hängt zusammen. Die Abhängigkeit zu reduzieren, schafft Unabhängigkeit und damit auch die Erhöhung der Handlungsfähigkeit und der Gestaltungsmöglichkeit. Und diese Zusammenhänge muss man sehen. Da sind nicht unterschiedliche Schubladen zu ziehen, sondern da brauchen wir ein neues Verständnis von politischer Verantwortung und von Lösungsorientierung. Und daher will die Europäische Union als ein Teil des Zins der Lehren aus den Krisen, ist beim Impfstoff das Gleiche, die Produktion von Versorgungssicherheit am eigenen Kontinent ist eine Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit. Und es ist eine Voraussetzung dafür, selbst gestalten zu können und nicht abhängig zu sein. Wir waren viel zu lange, viel zu naiv. Wir haben die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen und anderer Produkte nach China, weil es dort billiger ist. Wir haben, also das ist nicht von mir das Zitat, ich schreibe das in meinem Buch, aber ich habe natürlich schon viele davor gesagt, unsere sicherheitspolitische Verantwortung nach Washington ausgelagert, die Energie nach Russland und die Lieferketten nach China. Und daher ist es eine richtige Lehre, den Binnenmarkt zu stärken. Das ist gerade für uns Österreicher sehr wichtig, weil wir eines der größten Exportnationen Europas sind, weil uns der Binnenmarkt unabhängiger macht und weil die Investition in den Binnenmarkt, die Vertiefung und Erweiterung uns wettbewerbsfähiger macht. Daher ist es wichtig, dass wir den Klimawandel und den Green Deal nicht nur als Umweltprogramm verstehen, sondern als Bildungsprogramm, als Sozialprogramm, als Wirtschaftsprogramm, als Investitionsprogramm. Und daher ist es wichtig, dass wir die Lehren aus den Kriegen da hinaus auslegen und ziehen, indem wir uns zu einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik durchringen, weil wir die neuen Bedrohungsfelder nie national alleine beantworten können. Kein Staat hat auch das österreichische Landesverteidigungsministerium im Sicherheitsbericht und im Bedrohungsbericht deutlich artikuliert, sondern nur im europäischen Miteinander. Und weil nur eine glaubwürdige gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik und eine resiliente Wirtschaftspolitik und Standortpolitik uns eine Rolle gibt in der neuen geopolitischen Ordnung der Welt. Vom Spielball zum Akteur, das glaube ich so ein Stück weit... Vom Bär zum Player. Ja, vom Bär zum Player. Da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, den ich eingangs angesprochen habe. Dieses Motiv, das da viele bringen, wir verlieren hier Handlungsfähigkeit. Was du angesprochen hast, die Notwendigkeit zum Player zu werden in außenpolitischen, in sicherheitspolitischen und verteidigungspolitischen Fragen, bedeutet ja auch, hier handlungsfähiger, rascher handlungsfähig zu sein. Und da ist einer der Vorschläge, die am Tisch liegen, die ich auch unterstütze und ich glaube, du auch, vom Einstimmigkeitsprinzip in diesem Bereich, wo wir ja immer auch wieder jetzt Vetos erleben, etc., hinzukommen zu einer mehrstimmigen Entscheidung, die uns eben handlungsfähiger macht. Jetzt ist das genau diese Kampfzone auch mit den Nationalisten, die dann sagen, naja, aber da verlieren wir Einfluss. Das kleine Österreich verliert Einfluss, wenn wir vom Einstimmigkeitsprinzip weggehen. Man könnte es doch aber auch umdrehen und sagen, wir gewinnen Handlungsfähigkeit, weil wenn man nur ein Spielball ist oder zu langsam ist oder nur Payer ist, ist man gar nicht aktör und handlungsfähig und hat auch als Österreich eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Du sprichst ein wichtiges Thema an. De facto geht es um die Verfasstheit unserer Demokratie. Denn sind wir wirklich handlungsfähig, national, bei grenzüberschreitenden und kontinentalübergreifenden Themen? Nein, natürlich nicht. Sondern nur, das heißt, wir gewinnen Souveränität. Wir überwinden Ohnmacht. Wir überwinden Abhängigkeit. Wir überwinden de facto Isolierung, Isolation. Indem wir alle Fragen, die wir alleine nicht lösen können, in der Gemeinschaft lösen und eine europäische Antwort finden. Und hier ist mir ein Punkt ganz wichtig. Es gibt in Europa keine Entscheidung, bei der wir nicht dabei sind. Es geht nie um die Frage Österreich oder Europa. Sondern es geht immer um die Frage, macht jeder, was er will? Oder finden wir gemeinsam? Oder machen wir es gemeinsam? Das ist die europäische Idee. Die europäische Idee ist ja nicht die Zentralisierung Europas, sondern die europäische Idee ist die Zusammenarbeit in Europa, um die Handlungsfähigkeit und Souveränität zu erhalten. Und natürlich den Frieden. Weil natürlich ist das auf dem blutigen Boden des Nationalismus auch entstanden. Das ist ein Punkt, da muss man auch wieder aufpassen. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass wir die Europäische Union ausschließlich in ihrer Begründung auf die Überwindung von Holocaust und Nationalsozialismus definieren und sich viele ost- und mitteleuropäische Staaten dann sagen, und was ist mit Marx, was ist mit Lenin, was ist mit den Gräueldaten innerhalb der Sowjetunion. Die europäische Geschichte und die europäische Antwort muss die Gesamtheit berücksichtigen. Aber du hast völlig recht, die Idee der europäischen Zusammenarbeit waren die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Europäische Union wollte ja eigentlich mit der Zusammenarbeit den Nationalismus überwinden. Die Europäische Union wollte mit der Demokratisierung Europas, mit einer Gemeindeinsamen Grundrechte-Charta, den Antisemitismus überwinden. Vieles holt uns wieder ein, weil die Nationalisten die Probleme so missbrauchen, wie wir sie aus der Geschichte schon einmal missbraucht gesehen haben. Und das ist für mich das größte Problem. Und du hast auch angeschnitten, die Einständigkeit. Auch ehrlich gesagt, in allen Fragen, in 90 Prozent aller Fragen, haben wir schon die Mehrstimmigkeit. Natürlich, ja. Und über diese Fragen reden wir nicht, weil dort funktioniert es. Wenn man sich auf etwas demokratisch einigen muss, dann funktioniert es. Wenn die Parlamente beteiligt sind, funktioniert es leichter. Wenn die Entscheidungsprozesse transparent sind, ist es leichter, als wenn die Einstimmigkeit hinter Polstertüren zum Erpressungsinstrument der Gegner gemacht wird. Wo haben wir die Einstimmigkeit? Wir haben sie nur mehr dort, wo wir noch keinen ausreichenden politischen Willen haben zur Zusammenarbeit. Und in der Vergangenheit war der politische Wille stärker als die Blockade. Und das hat sich durch Nationalisten, Populisten, durch die Polarisierung in unserer Gesellschaft leider wiederum in das Gegenteil gehört. Momentan wird mit diesem Instrument der Einstimmigkeit gespielt, statt dass der politische Wille zur Zusammenarbeit die Einstimmigkeit überwindet. Die Einstimmigkeit ist undemokratisch, sie blockiert und sie macht erpressbar und führt nicht zu Lösungen. Und was ist da deine Prognose? Weil ich glaube schon, dass eben die Gegebenheiten manche zum Denken oder zum Aufwachen bringen, eben der Krieg Russlands in der Ukraine. Die Frage, was passiert, wenn Trump wieder Präsident wird in den USA, sind dann die USA weiterhin der verlässliche Partner für Europa? Und das muss man ja ehrlich sagen, das ist ja gerade ein Glücksfall gewesen für die Ukraine und Europa, dass mit Joe Biden tatsächlich ja jemand jetzt der große Transatlantiker ist und ein starker Befürworter dieser Partnerschaft Europa und den USA auch jetzt gerade im Amt ist. Könnte nicht jetzt ein Momentum kommen, auch was du angesprochen hast, die Notwendigkeit, nicht die Globalisierung insgesamt in Frage zu stellen, aber etwas strategischer zu schauen, was wir wirklich auch in Produktion brauchen in Europa, dass man sagt, naja, wir brauchen tatsächlich Handlungsfähigkeit in außenpolitischen Fragen, auch was Rohstoffe angeht. Wir brauchen sie in Sicherheitsfragen, weil wir können da nicht abhängig sein von einem Trump. Und wir brauchen sie natürlich auch in Verteidigungsfragen, dass hier ein Momentum passieren könnte, dass es wirklich diesen Willen gibt, diesen Schritt weiterzumachen zu mehr Handlungsfähigkeit und zu einem Ende des Einstimmigkeitsprinzips. Das sind zwei Pauschungen. Ich würde meinen, Momentum haben wir genug. Aber politischer Wille noch nicht. Momentum haben wir genug, da brauchen wir nichts Neues mehr. Die amerikanische Situation und die Wahl in Amerika würden das ihre noch zusätzlich dazu beitragen. Ja, ja, das glaube ich auch. Keine Frage, aber das, was ist, reicht mir schon. Ja, also so war das nicht zu verstehen. Ich wollte ja nicht das so verstanden, wie sie mir noch mehr Krise wünschen. Das ist definitiv nicht. Also mir reicht das, was wir haben. Das Momentum ist ausreichend, um zu handeln. Und das passiert aber auch. Das wird leider oft nicht so kommuniziert, aber denken wir daran, dass die Europäische Union einstimmig vor wenigen, im März letzten Jahres, beschlossen hat, einen europäischen strategischen Kompass zu vereinbaren. Das ist ein sperriger Begriff, wie das in Europa so üblich ist. Heißen tut das Schaffung der Europäischen Verteidigungsunion. Mit folgendem Ansatz, alle Heere der Mitgliedstaaten müssen miteinander kompatibel sein und es muss einen gemeinsamen Arbeitsplan geben, damit wir gegen die Bedrohungen und gegen die Krisen gemeinsam auftreten können. Daher trete ich dafür ein, dass kein Euro in die nationale Landesverteidigung gegeben wird, in keinem Land, ohne den Beweis, dass es ein Beitrag zur Stärkung des strategischen Kompass und unserer gemeinsamen Ziele ist, weil wir heute schon das Problem haben, dass die Heere untereinander nicht kompatibel sind. Daher sind wir zu wenig effizient und wir kosten zu viel. Die Zusammenarbeit erspart im Regelfall Geld und erhöht die Effizienz. Daher haben wir das. Da gibt es einen Vier-Stufen-Plan, der übrigens von einem Österreicher, General Briga, umgesetzt werden muss. Und der zweite Teil ist, wir kaufen ein, nicht Österreich, sondern generell in der EU, in vielen Fällen für die Verteidigung außerhalb Europas. Das schafft wieder Abhängigkeit. Und daher hat die Kommission jetzt mit dem Parlament und dem Rat beschlossen, dass wir die Verteidigungsindustrie, das Beschaffungswesen in Europa durchführen müssen. Das stärkt erstens die Wirtschaft, das stärkt die Forschung und das macht uns schneller handlungsfähig. Das sind zwei ganz entscheidende Punkte. Daher trete ich, glaube ich auch wie du, sehr massiv dafür ein, dass wir eine offene öffentliche Debatte über Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben. Und zwar in der Richtung, was schützt uns am besten? Und was müssen wir tun, um gemeinsam diesen Schutz zu gewährleisten? Aber es findet nicht statt. Wir haben noch keine neue Sicherheitsdoktrin am Tisch. Und eben genau hier ist meine Kritik an der Unehrlichkeit. Denn natürlich werden jetzt richtige Schritte gesetzt, auch in Österreich. Zusammenarbeit Österreichs in Sky Shield, also der gemeinsame Schutz des Luftraums. Richtige Entscheidung mit dem Blick auf natürlich genau diesen europäischen Gedanken und der Kompatibilität und Zusammenarbeit. Aber ausgeschildert wird es teilweise nicht so. Oder auch Entscheidungen, die jetzt getroffen werden bezüglich Nachrüstung, werden ja mit dem Gedanken getroffen der Kompatibilität zu europäischen. Und dann sollte man es auch sagen. Aber dann soll man es auch sagen. Weil ich finde ja genau diese Unehrlichkeit, zu sagen, Leute, wir haben jetzt einen europäischen Kompass. Also wir nähern uns an. Es ist ja noch nicht, aber es ist sozusagen eine kleine Annäherung in Richtung eines europäischen Heeres. Das heißt, wir müssen da zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsam beschaffen. Und eben, wie du richtig gesagt hast, wir geben keinen Euro mehr aus in Österreich, ohne dass wir wissen, dass wir damit auch eine Zusammenarbeit stärken. Wir sind hier ein verlässlicher Partner. Eigentlich wäre es ja so einfach, aber es findet nicht statt. Das ist schade. Das habe ich auch hier im Haus in der Debatte, in der Europastunde gesagt. Und wir könnten ja bei uns, brauchen ja gar nicht weit wegschauen. Wir könnten ja nur bei uns nachschauen. Denn wir hatten schon einmal früher eine ausführliche Debatte über die Sicherheitsdoktrin. Nämlich eine Debatte, die eine Debatte war nach einem Optionenbericht. Es wurde zuerst ein Optionenbericht erstellt. Was ist alles möglich für die richtige Antworten? Es wurden daraus die politischen Rückschlüsse gezogen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese öffentliche Debatte über diesen Optionenbericht hätten. Welche Optionen stehen zur Verfügung oder sollten zur Verfügung stehen, um den maximalen Schutz der Bevölkerung und des Landes zu gewährleisten? Mit welchen Instrumenten? Und dann die politischen Konsequenzen daraus gezogen werden. Ich bedauere, dass es diesen Sanktionen weder den Optionenbericht gibt, noch dass die Strategie noch vor der Wahl abgeschlossen wird. Ja, das ist offensichtlich der fehlter Mut. Da ist manchmal vielleicht auch dann die Sorge zu groß, dass man, weiß ich nicht, in dem Fall der FPÖ in die Hände spielt, die ja einen sehr verqueren Neutralitätsbegriff hat, der in Wirklichkeit ja ein Missbrauch... Das muss man einmal sehr offen sagen. Wir haben nach der EU-Mitglied-Beitritt 1998 unsere Verfassung geändert. Wir haben einen neuen Artikel in unsere Verfassung eingeführt, den Artikel 23j, wo sehr klar festgelegt wird in unserer österreichischen Verfassung, dass der Aufbau einer europäischen Außen- und Sicherheitspolitik nicht im Widerspruch zu dem österreichischen Neutralitätsgesetz ist. Man muss auch sagen, dass wir weder eine Neutralitätsdebatte noch eine NATO-Debatte brauchen, sondern wir brauchen eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsdebatte. Und da spielt Amerika mit hinein. Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass wenn die Krisen immer größer werden, dass immer die Amerikaner für unsere Sicherheit garantieren... Und die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir müssen uns als europäischer Arm in der NATO selbstständig und unabhängig für unsere eigene Sicherheit verantwortlich fühlen, weil sonst werden wir wie von der Energie abhängig von Russland, werden wir in der Sicherheitspolitik abhängig von den Amerikanern. Dass das nicht ein Entweder-Oder ist, steht auch außer Streit, wenn 23 Mitgliedstaaten der Europäischen Union NATO-Mitglieder sind. Wenn über 90 Prozent der Bevölkerung unserer Bürgerinnen und Bürger Bürger eines NATO-Mitgliedstaates sind, dann ist es sinnvoll, über Standards, über Beschaffung, über Arbeitsteilung miteinander zu reden. Aber wir müssen uns für unsere eigene Sicherheit selbst verantwortlich fühlen. Das sehe ich genauso. Wie kommen wir zu dieser... Oder was ist dein Beitrag? Ich weiß ja, dass du jetzt da sehr viel auch machst im Zuge der Europawahlen. Das, was du auch beschildert hast, diese Debattenlosigkeit. Dass man wirklich einfach auch selber einen Beitrag leisten muss für die Debatte und ringen muss um die Lösungen, anstatt auf irgendwelchen Nebenschauplätzen unterwegs zu sein. Weil vieles passiert ja derzeit in einer Aufgeregtheit, in einem Populismus, in einer Polarisierung, aber auf Nebenschauplätzen. Es sind ja Nebenthemen, die auf einmal relevant erscheinen, als eigentlich die eigentlichen Fragen an sich. Ich hatte den Eindruck damals, wie ich bei dir gearbeitet habe im Europäischen Parlament, dass grundsätzlich der Wille zur ordentlichen Debatte und zur Zusammenarbeit, aufgrund der ein bisschen auflösenden Frage, wer hat jetzt die Mehrheit und wo ist die Minderheit und wo sind jetzt Parteigrenzen, im Europäischen Parlament viel besser funktioniert als hier bei uns. Was können wir da lernen oder wie, welche Schritte müssen wir tun? Es funktioniert besser, aber es hat auch Ursachen. Wir sind gewohnt, in den Mitgliedstaaten im Verhältnis Regierung, Opposition zu denken. Und jede Regierung braucht eine Parlamentsmehrheit, daher sind wir auf nationaler Ebene meistens so eingeteilt in Regierungsabgeordnete und Oppositionsabgeordnete. Aber eigentlich ist jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete gleich viel wert. Naja, und hätte eigentlich auch nach der Verfassung und nach der gleichen Aufgaben, zum Beispiel die Kontrolle der Regierung. Da geht es auch um den Respekt. Es geht um den Respekt gegenüber jedem Mandat. Und es geht um das Selbstverständnis, wie üben wir unser Mandat aus. Verstehen wir uns als der Sprecher der Regierung gegenüber der Bevölkerung oder sind wir Vertreter der Bevölkerung im demokratischen Entscheidungsbildungsprozess? ist, was überwiegt das Gewissen oder die Parteiloyalität? Und soweit hier sind wir, glaube ich, alle aufgefordert als politische Mandatare, die gesamtstaatliche Verantwortung über die parteipolitische Verantwortung zu stellen. In diesem Spannungsfeld lebt jeder von uns. Das ist leichter in Europa. Warum? Weil wir in der Europäischen Union keine Mehrheiten haben. Sondern immer suchen müssen und Allianzen bieten. Sondern jeder hat kein Land, keine Partei, keine Fraktion, keine Religion, keine Kultur, keine Person, eine automatische Mehrheit. Jeder hat die Möglichkeit und ist auch dazu verpflichtet, sich seine Mehrheit für das, was er will und das, was er nicht will, zu suchen. Daher zwingt die europäische Demokratie zur parteiübergreifenden und nationenübergreifenden Zusammenarbeit, weil wir uns ja auch mit keinem Thema beschaffen, das nur einem Land oder einer politischen Richtung passt. Der Kompromiss ist das Wesen der europäischen Demokratie. Und daher würde ich mir auch wünschen, dass wir hier vom Wesen des Europäischen Parlaments, vom Selbstverständnis des Parlaments und von der Lösungsorientierung uns nicht reduzieren auf Mehrheit oder Minderheit, sondern auf den Inhalt und auf die unterschiedlichen Meinungen und auf das Aufeinander-Zugehen. Und das müsste eigentlich jeden politischen Projekt und jeder Gesetzgebung innewohnen. Letzte Frage da in dem Zusammenhang. Da in diesem Spannungsverhältnis die Pflicht zur Zusammenarbeit und auch zu einem gerüttelten Maß an staatspolitischem Verantwortungsgefühl, das man über die Person, über die Partei, über die eigenen Interessen stellt, trifft ja gleichzeitig auf einen immer stärker werdenden Populismus, der natürlich auch erfolgreich ist. Das muss man ja sagen. Er hat ja viel Zuspruch, auch in Österreich. Wie erlebst du, und dieser Populismus führt aber dazu, dass es ein Geist wird, der immer verneint. Also ich sage das immer, die FPÖ hier im Haus ist der Geist, der stets verneint. Und er zeichnet gerne das Bild, wir sind hier als FPÖ und das ist die Einheitspartei aus den anderen Parteien und die sind immer gegen uns. Wie erlebst du das im Europäischen Parlament dort mit doch einigen natürlich rechtspopulistischen Parteien, nationalistischen Parteien, Vertreterinnen und Vertretern? Sind die konstruktiv an den Tisch zu bringen? Auch überwinden die dann den Impuls des Populismus und arbeiten zusammen? Oder ist das dort ähnlich, dass man sagt, das sind eigentlich die Geister, die leider kriegen wir die nicht dazu, an Lösungen zu erarbeiten? Ich glaube, dass wir, dass alle anderen Parteien einmal dafür Sorge tragen müssen, dass sie dem tagespolitischen Populismus nicht selber anheimfallen. Guter Punkt. Und auf der anderen Seite, dass wir zu einer anderen Form der politisch-inhaltlichen Auseinandersetzung kommen. Man kann sich inhaltlich auseinandersetzen, ohne sich parteipolitisch oder persönlich verletzen zu müssen. Und mir kommt in der politischen Debatte immer vor, dass man zuerst einmal beginnt, was einem von den anderen unterscheidet. Und das sollte uns, oder wer schuld ist. Sondern wir sollten einfach die Themen zum Thema machen und sagen, was ist unsere Position zur Erreichung des Ziels und dann für die Meinungen werben. Das braucht nicht immer gleich einen Gegner. Und das braucht einen Ansatz für etwas werben und die bessere Idee. Die Extremen, die Populisten, spüren im Regelfall bei uns im Gesetzgebungsprozess, in den Ausschüssen, in der täglichen Arbeit keine Rolle. Weil sie wollen nichts, außer dagegen sein. Und Gott sei Dank sind diejenigen, die etwas wollen in der Mehrheit. In der Mehrheit. Und der, der nur dagegen ist, kommt vielleicht in der Zeitung vor, weil er polarisiert und die einfachere Botschaft hat. Er hat die Lautstärke durch die Rede am Ende in der Plenarabstimmung. Aber diejenigen, die arbeiten, die da sind, die etwas wollen, sind in der Bevölkerung und in der Politik in der Mehrheit. Und diese Mehrheit muss sichtbar sein, diese Verständnis von politischer Verantwortung. Und wenn ich das auch noch sagen darf zu dir, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir an einem staatspolitischen Grundkonsens arbeiten. In Österreich hatten wir einen breiten Grundkonsens, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union uns stärkt und in unserem Nutzen sind und einen Mehrwert hat. Und dass wir bei der Gestaltung der Zukunft Europas vieles einbringen können. Und dieser Grundkonsens hat zur Mehrheit in der Bevölkerung geführt. Und wir haben dafür geworben. Seit der Mitgliedschaft, sagen wir, es ist Bersanet drin, jetzt käme ein ganzer Tag Motschgat. Ja? Und wenn wir einen Grundkonsens haben, wenn es so etwas wie eine staatspolitische gemeinsames Ziel gibt, dann schaut die Debatte auch anders aus. und dann ist es auch leichter, die Bürger zu vereinen. Ich habe ein schönes Beispiel zu meiner Situation jetzt. Ich habe erklärt, dass ich bei der Europaparlamentswahl nicht mehr kandidiere. Mit allen Gründen, die ich gesagt habe. Und die Leute fragen mich, ja, warum tust denn du im Wahlkampf was, obwohl du ja nicht kandidierst? Am Ende ist dir das noch ein Anliegen. So, das ist der Punkt. Wir müssen für, ich möchte auch im Wahlkampf, ich werde alle Spitzenkandidaten einladen, zu Gesprächen mit dem überparteilichen Bürgerinnenforum Europa. Ich werde durch alle Bundesländer fahren, weil ich die Institution Europäisches Parlament, den Inhalt und die Bedeutung dieser Wahl, die Konsequenzen des Ausgangs für die Zukunft Österreichs und Europas mit den Menschen besprechen will. Diese Wahl hat eine Bedeutung, genauso wie die Nationalratswahl. Und ich werde nicht zulassen, dass die Europaparlamentswahl zu einer stellvertretenden Nationalratswahl wird, sondern die Nationalratswahl braucht einen Europabezug und die Europaparlamentswahl braucht einen innenpolitischen Bezug. Wir sitzen im gleichen Boot und gestalten die europäische Demokratie. Das sind wunderbare Schlussworte, die ich mir auch zu Herzen nehme und verspreche auch, wie ich werde aktiv im Europawahlkampf durch Österreich fahren und werben. Und zwar nicht schon im Hinblick auf die Nationalratswahl, sondern weil mir Europa wichtig ist. Wichtig ist, dass alle, die das Wahlrecht haben in Österreich, davon auch Gebrauch machen und zur Wahl gehen. Und besonders nehme ich mir vor, in den nächsten Wochen dorthin zu gehen, wo es weh tut. Ich nehme nicht immer zu denen zu gehen, die eh sagen, super, wir wissen, wen wir wählen und Europa ist eine wichtige Sache, sondern ich werde ganz genau auch darauf schauen, dass ich dorthin gehe, wo es viel zu diskutieren gibt. Aber ich glaube, das eint uns, das Eintreten und das Kämpfen auch für Europa und die starke europäische Zukunft und die Stimme Österreichs. Und vielen lieben Dank fürs Kommen, Robert Karras. Danke für das Gespräch. Mer이에 plugat.... Doe, Will Mountains wird haben